Das ist der neue Mercedes-AMG E 63. Okay, er ist nicht wirklich neu, sondern nur eine Modellpflege. Aber trotzdem wurden einige Dinge geändert, die ich euch jetzt in den CarWow Top 10 Fakten, die ihr über den Wagen wissen müsst, vorstellen werde. Mercedes hat beim E 63 AMG sowohl das Design der Limousine als auch des Kombis geändert, aber da wir einen exklusiven Zugang zum Kombimodell hatten, werden wir uns auf diesen fokussieren. Die Änderungen beziehen sich aber jeweils auf beide Varianten. Man bekommt also die gleichen breiten Kotflügel, Seitenschweller und massiven Lufteinlässe, wie beim Vorgängermodell. Aber guckt euch mal den Grill an. Anstelle einer horizontalen Stange hinter dem Mercedes-Benz Stern bekommt ihr nun den gleichen Grill im Panamericana-Design wie beim AMG GT 4-Türer, A45 und AMG GT. Die Umrisse des Grills zeigen nun nach unten und zeigen nicht nach oben, weswegen er ein bisschen böse aussieht. An den Seiten kann man die mindestens 19 Zoll großen Felgen sehen, die beim E 63 S-Modell mindestens 20 Zoll groß sind. Hinten kann man die gleichen LED-Heckscheinwerfer sehen wie beim normalen Modell gepflegten E-Klasse Kombi. Sie sind flacher und lassen den ganzen Wagen tiefer und breiter aussehen, als ob er nicht schon breit genug wäre. Der 4 Liter V8 Biturbo von AMG ist sowas wie das Schweizer Taschenmesser der Motorenwelt. Er lässt sich mittlerweile fast unter der Haube von jedem Mercedes finden, von der C-Klasse bis hin zum AMG GT Sportwagen. Mittlerweile wird er sogar in Aston Martins verbaut. Im normalen E 63 produziert er nur 571 PS und 750 Newtonmeter Drehmoment. Wie beim alten Modell. Wie es beim S-Modell aussieht, das produziert 612 PS und 850 Newtonmeter, was, ihr könnt es auch schon denken, so wie beim Vorgänger ist. Das heißt aber auch, dass das E 63 T-Modell mehr Leistung als ein Audi RS6 hat. Der kommt mit lächerlichen 600 PS und jämmerlichen 800 Newtonmetern Drehmoment. Ich mache nur Witze, beide Autos sind unfassbar schnell. Der neue E 63 Kombi ist genauso schnell wie das alte Modell. Das bedeutet, dass das Standard T-Modell den Sprint von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden schafft, während das S-Modell diesen in 3,5 Sekunden schafft. Damit ist dieser praktische und luxuriöse Kombi schneller als die meisten Sportwagen. Die Höchstgeschwindigkeit ist genauso irrsinnig. Okay, die des S-Modells ist irrsinnig. Der normale E 63 ist auf 250 kmh limitiert. Wählt ihr das E 63 S-Modell, schafft es dieser in 3,4 Sekunden von 0 auf 100. Das ist schneller als ein Porsche 911 Carrera 4S. Der Boss der Modellreihe aber ist der E 63 S-Limousine. Durch den geringeren Luftwiderstand hat die Limousine mit 300 kmh auch eine höhere Endgeschwindigkeit als der Kombi. Große deutsche Limousinen oder Kombis kommen beim Thema Driften nicht unbedingt als erstes in den Kopf. Aber der alte E 63 S hat es da allen gezeigt, weil er mit einem richtigen Drift-Modus ausgeliefert wurde. Sogar noch vor dem Ford Focus RS oder dem neuen BMW M5. Die Modellpflege bekommt den gleichen Formatik-Allradantrieb wie der Vorgänger, was heißt, dass er genauso gerne driften wird. Mercedes hat aber daran gearbeitet, wie die Differenzialsperrekraft an die Vorderräder schickt. Der Wagen wird nun also noch mehr Traktion beim Herausbeschleunigen aus Kurven aufbauen. Der Innenraum des neuen E 63 bekommt die gleichen Änderungen wie die normale E-Klasse. Könnt ihr sie sehen? Sie sind definitiv da. Das verspreche ich euch. Gebt ihr auf? Die Mittelkonsole ist neu und von nun an ohne das Drehrad. Das Plastikstück in der Mitte zwischen den beiden Infotainment-Bildschirmen fällt nun auch weg, weil die beiden nun hinter einem großen Stück Glas angebracht sind. Das Lenkrad ist auch neu. Es hat nun das gleiche coole Zwei-Querspeichen-Design wie die reguläre E-Klasse. Dazu kommen noch ein paar AMG-Extras wie die fantastischen AMG-Modus-Schalter. Diese sind serienmäßig beim S-Modell, aber optional beim normalen E 63. Diese sind fast wie die, die man auch beim Porsche Panamera bekommt und die liebe ich einfach. Einer der größten Veränderungen hat mit dem Infotainment-System zu tun. Die Modellpflege bringt das aktuelle MBUX-Infotainment-System. Dieses kommt mit zwei riesigen 12,3-Zoll-Bildschirmen, die besser als je zuvor sind und das ganze System ist einfacher zu bedienen denn je. Ich würde sogar sagen, dass die einfachere Menüführung und die schnelle Reaktionszeit das System besser machen als BMWs iDrive. Die AMGs können dazu spezifische Daten wie Schaltgeschwindigkeit, Warm-Up, Setup, G-Meter und einen Race-Timer anzeigen, damit ihr auch eure Rundenzeiten auf dem lokalen Supermarkt-Parkplatz messen könnt. Das neue Navigationssystem ist ganz besonders cool, weil es wie bei der neuen A-Klasse große Pfeile über eine Live-Aufnahme von der Front des Wagens anzeigt. Damit hat man keine Entschuldigung mehr, wenn man sich mal verfährt. Wenn euch der E 63 auch nicht genug ist, könnt ihr noch ein paar Optionen dazukaufen. Zuallererst wäre da das AMG Drivers Package. Dieses erhöht beim Standard E 63 die Höchstgeschwindigkeit auf die des teuren S-Modells. Dazu solltet ihr wahrscheinlich auch die optionale Keramikbremsanlage auswählen. Diese ist größer und verliert nach Stops aus höheren Geschwindigkeiten nicht so schnell an Leistung wie die serienmäßige Bremsanlage. Es gibt auch ein paar neue Optionen beim Lack. Zwei davon sind nur langweilige Silber- und Schwarztöne. Der Wagen hier aber kommt in Brilliant Blue Magno, was einfach nur ein ausgefallener Titel für mattblau ist. Er sieht aber wirklich gut aus. Zudem ist es die gleiche Farbe, die es auch noch beim schnelleren AMG GT4-Türer gibt. Mercedes hat dem neuen E 63 die gleiche neue Sicherheitsausstattung gegeben wie der regulären E-Klasse. Mit am besten ist dabei der neue Abstandsregel-Tempomat, welcher den Wagen beschleunigen und lenken kann. Er kann aber auch automatisch für Rettungswagen und Co. Platz machen. Ebenfalls nutzt er die Daten des Navis, um rechtzeitig vor Kreuzungen und Kurven abzubremsen. Neu ist etwas, das Mercedes Urban Guard nennt. Die Kameras und Sensoren im Wagen überwachen den Wagen konstant und benachrichtigen den Fahrer über die Mercedes-App, wenn jemand in ihn reingefahren ist oder ihn aufbrechen möchte. Ebenso neu sind Änderungen am Blindspot-System. Der Wagen warnt einen nun vor herannahenden Radfahrern und Fußgängern, wenn man die Tür öffnen möchte. Mercedes hat noch keine genauen Preise bekannt gegeben, ihr könnt aber damit rechnen, dass diese sich etwas über denen des Vorgängers bewegen, wenn der Wagen Ende des Jahres in den Verkauf kommt. Das bedeutet, dass ihr mindestens 85.000 Euro für die normale E 63 Limousine und ca. 2.000 Euro mehr für das T-Modell auf den Tisch werdet legen müssen. Ihr wollt ein S-Modell haben? Dann werden mindestens 125.000 Euro und noch mehr für das T-Modell fällig. Wenn ihr jetzt die Anzeige oben rechts anklickt, könnt ihr sehen, wie viel ihr beim Kauf eines neuen Wagens über CarWow sparen könnt.